Der Sog des Spiegels. Jetzt kommen wir sicher in ein Spiegelei-Labyrinth. Spiegelei-Labyrinth. Sechs Minuten. In diesem Fall... 20 Minuten. 20 Minuten sicher. 20 Minuten sicher. So! Also, wie geht das schon wieder? Schon länger nicht mehr gespielt. Wow! Urwazuk. Öffnen Sie das Zor zur Xolotl-Festung. Xolotl. 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 Diarrhe. Also. Oh, die Kugeln müssen wir irgendwo hinbringen, oder? In 50 Sekunden. Hey, ich habe einen Bug. Einen Käfer. Einen Käfer. Oh, shit. Siehst du mich? Ich kann nichts machen. Ja. Ah, jetzt. Du hast mich fast getötet. Du hast mich fast getötet. Ich dachte, ich bin befreit, Mann. Was? Hey! Uh! Was ist mit der Kugel nicht kaputt? Ja, nicht gut. Ja, wir müssen irgendwo herstossen. Aber jetzt haben wir es eh schon gepasst. Ey, wie geht das schon wieder so? Wolltest du nur mal reinlaufen? Du bist ja auch auf der Hände. Nein, 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 nein. Wooh! Die Geräte brauchen wir sicher noch nicht. Ich kill mich doch nicht immer. Wooh! Wooh! Haha! Hier kommt die Kugel. Ja! Wooh! 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 Äh, warte schnell! Ähm... Kannst du schnell warten? Jaaa! Ähm, schnell warten, warte schnell! Jaaa! Warte doch schnell! Jaaa! Warte schnell! Jaaa! Jaaa! Haha! Also! Haha! Haha! Ich kann immer nachladen, Mann! Haha! Nein, 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 nein! Nein, nein! Haha! Haha! Wo ist das Kugel? Oh! Oh! Ein Snipergewehr! Oh! Mega Schrotflint! Ist die wirklich so mega? Mega! Oh! Das ist ja großartig! Ja! Hau! Ja, ich hab ihn! Ja! Hau! Ha! Pada! Oh, der Gsolotl! Wunderschön. So sah in den letzten 2000 Jahren meine Welt aus. Mein Gefängnis wurde zu meinem Königreich. Und schon bald wird es euer Grab sein. Ja, das hast du schon manchmal gesagt. Mach Mach! Oh, oh. Du bist ziemlich am Sterbseln. Drei! Drei! Und wir haben keinen Vogel. Nichts. Ich brauche Energie, Energie, Energie. Oh! Warte, 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 warte. Ich kann weg. Du schwein. Ja, ein, oder? Ich kann schon nie mehr zu schiessen. Weisst du das? Ich bin gestorben. Ja, das ist im Fall sehr schlecht. Mein Problem ist... Ich weiss nicht mehr, wie wir das... Ja! Ja, ich bin auch ein bisschen ausgeschossen und tot. Ja, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, ich bin so ziemlich gestorben. Du musst nicht, du weisst, du kannst. Was Mann? Ja, ich bin viel da. Eieieiei. Roman, spiel kannst du an, spiel, 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 spiel. Ja, und warum genau stirbt er nicht? Das ist ein verdammtes Ries über den Schilder. Für einen Pfeil. Nein. Ja, der Wichser hat einfach gestorben. Ich weiss im Fall nicht mehr, wie wir das wiederbeleben. Gestorben? Mit P. Nein! Double kill, ey. Ey, nein. Jetzt müssen wir aber Munition holen irgendwo zuerst. Jetzt müssen wir aber Munition holen irgendwo. Zuerst nicht. Ja, das ist schon fertig, ey. Das ist schon fertig, ey. Schon keine Munition mehr. Du musst halt treffen, Mann. Ich habe ja getroffen. Ja, was fregst du mich, Mann? Du bist sicher eine Pennerei. Nein. Was ist jetzt passiert? Öffnet uns irgendetwas von irgendetwas gar nicht. Ja, ey, ey. Schau. Ja, ey, ey. Jetzt kommen wir keine anderen mehr. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Warum? Haben wir denen sich angespült? Ja, ey, die Uhr. F***viel. Ich bin gestorben im Fall von nebenbei. Ich weiss... Ich weiss das nicht mehr, wie es geht. Es ist das lange her. Uäh, 4000 Punkte gibt er noch. Oh, ein Schuerschlag. Schlabi. Ich brauche einen Schuss. Schuss, Schuss, Schuss. Ah, den ersten haben wir. Schuss, Schuss. Schuss, Schuss. Töne Schuss. Schuss, Schuss, ja. Töne Schuss, Schuss. Kannst du mich schnell so schlüpfen? Schlüpfen. Ja, lüpfen. Töne Schuss, Schuss. Nein, nein, ui. Was ist da oben? Hier ist etwas Violett. Wow. Nimmst? Was meinst du? Wo? Sicher, Mann. Der Dobo unter der Statue. Wo ist ein Statue? Wo ist der mitgeklächt? Scheiße. Oh, Muni Muni Muni! Got him. Oh nie, oh nie, oh nie. Oh. Oh. Ja. Ja. Mhm. Was? Was wollen wir jetzt machen? Kommst du mit? Kommst du? Warten. Ah, du verdammte Feuer-Scheisse. Hilfe! Hallo? Hallo? Ja. 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 Ich bin gestörbt. Ja. Ja. Möchtest du dich jetzt wiederbelebt? Nein, oder? Nein. Ist schon gut, ist schon gut. Schon, oder? Das ist gut. Ja, ja. Hey, in den Schädel. Du bekommst Platz. Gepilatzt. Gepilatzt? Ja, und warum ist jetzt die Kugel nicht mehr auf dem Stein? Ja, dann geführt haben sie weg. Nein. Nein. Was ist dein lustiges Madurin? Eigentlich könnte ich da... Da, 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 da. Ja. Da ist der gleiche Weg nur kürzer. Ich bin gestorben. Hey, das ist alles scheiße. Weil da hinten kommt der Dicken sich... Ja, du kommst rein, die Türen! Ja, sag mal, wie ich! Ich weiss es echt nicht mehr. Mit B? Was? Mit G? Mit B? Mit G? Mit B? Ja, ich kann kein B. Normalerweise kann ich schon ein B. Jetzt ist die Kugel schon wieder nicht mehr drauf. Wir müssen das miteinander machen. Du musst dort bleiben. Nein, das geht gar nicht. Das ist schrottlos. Das ist ein grosser Wichser. Ja, komm auf mich drauf. Wow! Nein, ich muss nicht sterben. Nein. Ich sterbe doch nicht. Sterbe, sterbe, sterbe. Ich bin gestärzt. Sterbe nicht, sterbe nicht, sterbe nicht. Schau, so geht es. Ich lasse dich nicht einfach sterben. Also geh nicht hoch, probier es mal. Dann bleibe ich da. Sehst du, so geht es. Ja, da oben ist ein. Aha, ich bin gestorben. Ja, du bist auch ein grosser Wichser. Ja, durch die Wand. Du bist auch ein grosser Wichser. Komm da, Kugeln kannst du auch. Die Kugeln sind im Grimm da oben. Er hat mich gepackt. Nein. Nein. Nein, stirbe nicht. Nein, stirbe nicht. Aber mich ist nicht wieder belebt, Mann. Ja, ich weiss immer noch nicht wie. Scheiße. Nimm diesen Weg hin, komm. Ja, komm. Oh, ich habe einen Schuss gemacht. Sau, stirbt nicht, Mann. So, jetzt. Jetzt hol den Scheisse. Ja, wow. Ist mich zu verarscht. Das ist Munitionspower. Schön. Ja, und was kann man sonst noch da hinten holen? Nicht mehr. Ja, Arivan, da geht es noch weiter. Da geht es weiter. Wir müssen den Kugeln mitnehmen. Willst du Kugeln? Nein, du bist zu weit. Aha, also. Hahaha. Jaaa. Die. Ja, hier. Ich bin mit dem, Uuuuuhh Neee Komm aber nicht! Geh los das hier Ich steh auf den ganzen Scheinen vor Neee Nein! Komm, komm, komm Am kann Du Wichser, du verdammte Wichser Haha Trottel Mich lasst du wieder sterben oder? Ja Ja Hast du da nicht raus? So, jetzt hat er seinen Huren die Mango Schuld verloren Hey, einschlag, Mann Eins ist doch Er ist eigentlich gar noch nicht tot aus Was? Ich hab's ja gar nicht tot Ich hab's ja gar nicht tot Oh, ich weiss auch nicht Hey Wo nirgends Warum? Buhh Guck Wim Geil Ich glaube nur noch einen halben Millimeter leben Ja, ich auch Ah, hier, hier ist eine Brunnen Eine Lebensfreude Geil Ja, eh. So. Und wo geht's denn jetzt natürlich? Ja. Jetzt müssen wir den Dritten holen. Von da sind wir gekommen, oder? Ah, da geht's noch. Stärkst du! Auf Steinröhren, Mann. Von hinten kommt auch noch einer. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Hahaha. Da ist noch ein süßrotes Ding. Warte, lass mich zuerst rufen. Warte, lass mich zuerst rufen. Ja, eh, oder? Ja. Ja, mach doch mal. Ja. Ja, weiss ich. Ich sterbe noch mal eine Runde. Nein, nein. Hahaha. Hahaha. Ah, warte, da ist noch etwas. Da ist noch irgendwie... Warte, sag mal. Ah, du kannst jetzt... Ja, genau. Ja, genau. Ey, so einfach, ey. Du checkst es nicht, ey. Hahaha. Haha, ey. Uh, Glück. Was anders? Na, jetzt komm. Hä? Krass. Krass. Ja, halt. Eine Art für Tonschlag. Geil. Tonschlager. Tonschlager? Tonschlager. Hä? Was ist das? Nicht. Oh, schade. Hahaha. Ja, ey. Ja, ey. Das sind aber die Kleinen, Mann. Zum Glück habe ich so viele Schüsse. Ja, ich bin gestorben. Ah, nein. Ah, jetzt. Ha, weg. Ich weiss es echt nicht. Nein, nein. Da muss ich so viele Schüsse machen. Salat? Ja. Bäh. Hahaha. Ich glaube, ich kann... Ein Schädel. Ja, du musst mich nicht helfen. Das ist gut. Ja. Ja. Das lenkt mir gleich dir. Hey, hä? Ich allein. Das ist der letzte. Ich allein. Das ist genau ein Scheisskopf. Hey, ich habe irgendwie rüber geschossen. Weisst du ja. Hast du das... Hast du das scheissdreckig eingesammelt an den Schlüssel? Ja, ja. Hey, das ist noch ein Sprit. Ähm, äh... Ich habe nicht abgeschoben. Ja, ich habe nicht abgeschoben. Schau dir das an, ey. Wegen dir bin ich jetzt wieder gestört. Ja, oder? Ein fett, oder? Wie, wenn du so mal sterben bist? Salat. Scheiss Dinosaurier, ey. Gut. Kannst du jetzt genug gehen? Kannst du dich rüber laufen? Oh, einfach. Ehhh. Verstand ein Pickel auf der Wunde, hast du gesehen? Ja, voll. Das ist gruselig. Kann ich rüber? Warum ist jetzt meine? Warte. Bleibst du? Hahahaha. Nein! Ey, du bist auch ein Penner, ey. Ich habe... Ich bin ein Penner, ey. Scheiße, warte. Warte, ich kann nicht. Ich sterbe. Ey, hä? Geht doch, ey. Nein, und du stirbst auch noch gerade, ey. Nein, ey. Hey, scheiße. Oh nein, das geht gar nicht. Hahahaha. So, noch einmal. Nein, das ist nicht mehr drin. Hahahaha. Hey, du bist ein riesiger Schlampfe, ey. Das gibt's gar nicht. Hahahaha. Hahahaha. Oh Gott, ey. Wieso kommst du jetzt gerade noch das zweite Mal hinten an? Hahahaha. Ich wollte auf dieser Seite kommen, aber ja. Hahahaha. Hahahaha. Hier hinten kommt man sicher auch noch nicht. Nein, ich nicht. Ich nicht. Ah, dort oben ist noch etwas? Nö. Hahahaha. Hey, krass haben wir das gesehen, ey. Anders versteckt. Nö. Dürfen wir uns nicht mal. Hahahaha. Hahahaha. Oh 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 oh. Du bist auch wenigstens gestorben. Ja, weil das alles pränt. Hahahaha. Das ist ja anders schwer, wird man ab. Hahahaha. Das schaffen wir schon. Dort ist der Kugel drin. Was kommt mit dem Kugel? Schon weg. Ein verdammter Schlagen. Hör weg. Was verstehst du das noch? Ja, ich weiss eigentlich nicht genau. Ich habe keinen Schuss mehr. Ja komm jetzt, die Schafe und Schlag. Wie? Schlag. Ja... Wie geht's auf? Ah, warte. Die Kugel muss sicher in das Ding sein. Ah ja, sag mal. Die fällt gerade mit ins Loch rein, hast du gesehen? Was ist das für ein Artifik? Oh nein, das ist ein Reliktum. Was hast du gefunden? Chipakli? Kannst du da schnell das Böckli machen? Das ist mein Hut, Mann. Das ist mein Hut, Mann. Ja, ey! Was hast du gesehen? Ja, aber du siehst die Feuer in der Gumpen, oder? Ja, wenigstens gar nicht. Sicher, ey. Nein. Genau zugeschaut, Mann. Nein, nein. Scheiße. Hm. Ja. Was machst du? Aha. Ja, sag doch etwas. Kannst du anreden, oder? Aber das muss bei dir nicht so sein. Du kommst nicht rüber. Ja, ich. Schau, du hast mich voll auf dem Bösen. Ja, sorry. Ja, wo müssen wir denn durch, Mann? Ja, Mann. Was weisst du mal? Oh, oh, oh. Voll gestorben, Scheiße. Jetzt geht ich da weiter. Kann man da nicht irgendwie hoch? Du bist doch nicht... Da oben gewesen, Mann. Ja, dann müssen wir einfach auf dieses Brötchen, aber wahrscheinlich. Wo? Was machst du? Wem ist er? Wem ist er? Ja, ey. Du kannst mich töten. Ist im Fall kein Problem. Wartest du nicht? Wartest du nicht? Wartest du schnell. Ja, die verdammten Kugel hat mich runtergefickt. Wenn du dort... Wenn du dort hinten bist, dann warte schnell. Ja. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Yo, wie ist das? Ich hab dich da, Mann. Yo, was? Ja. Kannst du vielleicht hierher, Mann? Nein, Mann. Über eine Kugel. Ich schiesse mich schon sterben. Ich hab das Gefühl, wo ich jetzt bin, dürfte man gar nicht sein. Und da ist fertig, guck. Nein, das ist... Ah, Gott. Ja, ja. Weiss nicht. Ja, das schaffen wir. Ja, tut nicht schwierig, Mann. Komm mal, guck mal. Kannst du jetzt? Nein, es ist Zürich. Aber da ist doch gegangen, vorhin nicht. Was? Nicht hochgehen. Ja. Ich bin einfach mal ein bisschen runtergefallen. Ja, dann komm mal. Ah, eben. So. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir sind doch jetzt Power Up gerade. Geil. Geil. Es war mal geil, ein paar Schüsse oder so? Was sind wir da nicht schon gewesen? Ja, unter anderem. Ah, wir haben ja den dritten. Voll geil. Voll die Schade-Effekt. Die Schade. Die Schade-Effekt. Der Schotterweg. Das ist Xolotls Festung? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Der Schotterweg. Ihr kommt zu spät, Otten. Sieht nur, die Sonne geht auf. Diese Welt wird zu meinen Füssen zerfallen. Und ihr werdet als Erste sterben. Du bist riesig. Der will nicht mal fressen, wenn er redet. Und? 28 Minuten. Die Routen. Schon. Schon. Wieso sehe ich das nicht? Keine Schädel. Wir haben nichts eingesammelt. Nichts. Schlagen Sie ein Ass? Was soll das? Keine Ahnung. Das ist vorher beim Dings. Dort, wo es gebrannt hat. Ist das mal gestanden? Ja. Aber keine Ahnung, was du machen musst. Ja, anders ist gut. Mega! Wir haben die Fuhren im Griff. Aber ich glaube, wir hätten das auch denselben. Ja, ich glaube es auch. Viel fällt nicht mehr. Schon ein wenig so. Ja, dann sehen wir es in der nächsten Stunde. Oh, ein wenig so. Ja. Ja. Ja.